Musik Also ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat bei diesem Herodes, dem König von Jerusalem. Also ich bin ja den Umgang mit Königen gewohnt, aber sowas, nein, nein, nein. Er hat mir eher Angst gemacht. Oh, wer bist denn du? Ich bin der Engel des Herrn. Ich habe eine Botschaft für euch. Wenn ihr das Kind gefunden habt, Gottes Sohn im Stall hier in Bethlehem, dann geht nach dem Besuch bei dem Kind direkt zu euch nach Hause und geht nicht wieder zu König Herodes und sagt ihm nichts von der Geburt des Kindes. Versprecht ihr das? Ja. Natürlich. So wie der Engel gesagt hat, werden wir es tun, oder? Und der war so voller Licht, dem müssen wir gehorchen. So tun wir es. So wie der Engel gesagt hat, werden wir es tun, oder? So wie der Engel gesagt hat, werden wir es tun, oder? So wie der Engel gesagt hat, werden wir es tun, oder?